Er ist zu schnell. Oh, slipperer Basterd. Verdammt, Kevin, gib uns unsere Kaffee-Maschine zurück. Es war so schön, dass ihr alle glaubt, dass ihr alle... ...dass er hat sich nicht gewöhnt, aber er hat sich nicht gewöhnt. Jetzt, schau und schau, die Schönheit des Kevin-Effekts in seiner volle Glorie. Voila! Ähm, Mann, die Nummer ging weg. Ja, das ist der Kevin-Effekt, okay. Das kann nicht richtig sein. Es muss sich zerbrochen. Ihr Algorithm? Schau, das ist okay, Mann. Oh, just cause you're super-caffeinated doesn't mean you're some genius. You're still you. Ben, no offense, but I'm the chosen one and I would know if I were dumber. So, ergo, I must be smarter. This whole thing has been a disappointment. I'm sorry to be a downer, friends, but life comes at you fast. Oh, it's nothing to fuss about. We've all had the kind of days where the border agents discover the arsenic was in the cupcakes all along. Right, or one day you're working on ascending to godhood, right, and then... Wait, what? Well, anyway, what I'm saying is that you either die staring into the abyss or live long enough that you become it. My heart is full of abysses right now, team. Hey, anyone want to barricade him in the meeting room again and see if that meter thing goes up? And, furthermore, I know my formula was right. I did it on a whiteboard. It's the universe itself that must be wrong. When I ascend to godhood, I'll fix it. I'll fix all of it! Yeah, that won't be happening. What? Say goodbye to your little friend, Kevin. Francine, stop it. Ralph 2 is so much more than a coffee machine. Well, yeah. It has a hot water dispenser, too. For tea. You'll never unplug it in time. At my speeds, I'll stop... What? No! You foolish mortals! Do you have any idea what you've done? I was this close to unlimited power! I can feel the Sloan is creeping in. You could always buy your own coffee machine. Oh, yeah. I wouldn't be the same. There will never be another Ralph 2. I feel like I'm walking through molasses. Gah! He's right. There will never be another Ralph 2. And we will never again see Ralph 1 either. May. May never see Ralph 1. It might still be out there somewhere. But really, who knows? But this? This could be Ralph 3, Kevin. Ralph 3? Yeah, I bet it even has Solitaire installed on it, buddy. Just like your old one. Oh, please. Hold up, y'all. Does anyone really think Jeb's not gonna notice a missing computer when he gets back? Um... I think I might have an idea. Hello, office! Hello, desk! Hello, rock and bear! Did you miss me? Huh... Something's... different. Hmm... Ah, they're... much better. You've got to keep everything just the way I like it around here. Ah... Yep. Yep. Seine Liss wird warm. Und die Butter schmilzt. Auf Platz 13 gesunden. Sehr schön. Äh... ja... Kurze Pause, dann geht's weiter mit... Episode 2. Ok. Greenscreen and Hammers. Bis gleich. Ich mache eine kurze Pause. Ich muss selbst mal einen Kaffee trinken. Nicht so viel wie Kevin, aber... Ein bisschen Kaffee muss dann doch noch trinken. Bis gleich. So, willkommen zurück. Weiter geht's. Wir spielen... 3 out of 10... Episode... Episode... Äh... Season 2. Episode 2. Let's go. Spiel die zweite Episode. Der zweiten Staffel. Staffel 2. 2. Let's go. Uhhhhhh... Uhhhhhh... Kevin, what is your problem? You look like you're about to croak. I am. I have a hammer headache, thanks to all that hammering. Yeah, that's not a real kind of headache. Is too! Are they remodeling the office next door or something? Huh. Yeah, I don't think this is coming from outside our office. Hey man, could you give it a break? My head is killing me. Oh, a headache? What from? Well, we did ban him from having coffee. Ah, caffeine withdrawal. The natural predator of the software developer. This has nothing to do with coffee. Hammers cause hammer headaches. Ow. This is a known fact. I've never heard of a hammer headache. It's not your fault, you couldn't handle coffee. Some people are just weak. Stop making fun of me. I'm waiting right now when they kick in. Huh. I should go take some ice cream and I want that kick in. Uhhhhhh... Pylon, what are you even doing in here? Well, someone has to clean up after what Kevin did to this road the other day. By painting the room green? Not just Eddie Greed. Motion capture Emerald? Pylon, are you turning my meeting room into a green screen room? As a technical artist, I look for technical ways to a 3 bar meter score. And I saw an ad for an unreasonably affordable DIY motion capture kit on my phone. Coincidence? I think not. Yeah, it's called targeted advertising. Targeted advertising and destiny. I didn't even know I wanted a motion capture room. They know me better than I know myself. You know we have an animator, right? We don't need a... You know what? Whatever. Do what you gotta do. Just... Hey, are you painting my whiteboard? Well, it says do not erase on it. The responsible thing to do. Is it tuba with low BOC latex paint instead? Hi, Lon. Do not paint my whiteboards. Just move them out of here if you have to paint. Oh, good idea. I gotta get all this stuff out of here anyway. And then I need to find an actor. You can't motion capture without a motion capture actor. Whatever. It's actually a big thing out there. I can't wait to do it anymore. So. It's not happening. That's all the time. I can't wait to see anything. It's really. This stuff could go in the dark way. I can't wait to see anything. People would want something from me. I can't wait to see anything. I can take a step back off here. Okay, we'll let's go next to the quick thing. Move boxes. From the meeting room. raus. Ok, wieso müssen wir das abstellen, auf welchen Schreibtisch? Dumpwaiter holen. Drei Kisten müssen holen. Eine spannende Aufgabe. Können wir die auch gleichzeitig träumen? Schade. Wir können uns ein bisschen beeilen. Achja stimmt ja, wir sind schon wieder bei... 3 out of 10. Nur wo man unterstuft, wenn ein Kaffee geht. Ist Deutsch gelöst. Ok. Hier. Alles irgendwo anders runterbringen. Kann man jetzt in die Küche oder was? Und als Aufnahmezimmer. Ist das Job's Office? Ja, wo sonst? Ähm, jetzt nicht mal durch. Ist das Job's Office? Ja, müsste doch sein. Ok, das ist genug für jetzt. Jetzt finden wir jemanden, um meinen Akter zu sein. Für einen Akter, wo keinen Flip. Ok. Wie wär's denn mit dir? Hey Viper, kannst du einen Flip machen? Was? Natürlich nicht. Habt ihr gesehen, wie hochheuer ich bin? Du kannst trotzdem helfen. Du kannst mein Grip sein. Was? Was ist ein Grip? Ich weiß nicht, aber mein Motionskampf-Kit sagt, ich brauche einen. Okay. Kannst du einen Flip machen? Kannst du einen Flip machen, Joad? Äh, was? Wie ein Martial-Artist flippen. Du weißt, siehst du, alles cool und flippen. Nein, äh, ich habe keine Martial-Artist-Trainung. Was auch immer. Nichts. Nichts. Ich bin ordentlich. Oh, zu schlecht. Hm. Hm. Okay, kannst du es? Hey, kannst du es? So wen können wir hier noch fragen? Okay. Meeting-Room anmalen. Müssen wir die dann wahrscheinlich machen im Minigame. Ein bisschen malen. No time to waste. I have to finish building this motion-capture room. Just needs a little more paint and, of course, a control center. Oh, hello, Mentor. Can I help you with the knitting? Are you wearing a t-shirt on your head? Uh, we didn't have towels. I need someplace dark and quiet. Just for a bit. I'm desperate. Like this storage room? Huh. It's not helping. It's not enough. Oh, such calamity to be betrayed by one's best friend. Oh, this is no mere accident. Everyone knows hammers cause headaches. This is a premeditated plot to usurp me. Oh, such foolish naivete. Are you talking to me or to yourself? I'm talking to both of you. Look, darkness cures headaches. Oh, yeah. I know what you mean. You know, I haven't had a headache since I moved into my crate. It's like sensory deprivation in here. Oh, uh, really? We can't both fit in my crate. Are you sure? I'm not comfortable with this conversation, Mentor. Paiwan, you have way too much free time. How much longer is this going to take? I've been calling the motion capture software now. It's a unconventional process. Uh, what do you mean? I mean, this whole kit is totally DIY for hobbyists. But this is the worst progress bar I've ever seen. Give me a second. I'll clean this up. Mhm. Construct the progress bar. I have to buy my coffee quickly and... Okay. Okay. Let's try it. Ah, so ein Spiel. Ich denke so. Ähm. 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 Mist. Und irgendwas um die Ecke hier. Und irgendwas um die Ecke hier. Ja. Wir sollten hier mal ein bisschen gucken, was wir machen. Hm. Okay. Das klingt gut. Das sieht gut aus. Ähm. Ähm. Das vielleicht. Und jetzt brauchen wir was das um die Ecke fließt. Können wir das drehen? Rotate. Na, natürlich. Wir können die Sachen rotieren. Das ist eine gute Idee. Okay. Ich denke. Wir versuchen es mal hier mit. Nein. Es muss aufeinander stehen. Ähm. Shit. Aha. Das Bobb-Tool kann ein bisschen von der Progress-Bar. Okay. Verdammt. Es wird knifflig. Die Installation ist so kompliziert. Okay. Ich frage mich, wie schwierig das Software selbst wird. Wie soll das was werden? Okay. So vielleicht. Das wird doch nie was. Okay. Das kann hier gehen. Verdammt. Das vielleicht mal ein Rätsel. Ich habe eine Leitungsbar zwischen den beiden Punkten, bevor es fällt. So vielleicht. Äh. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Dieses Computer kann das führen. Das wird nicht wahr. Wirklich. Wirklich. Sieht gut so weit. Sieht gut so weit. Es ist so, dass Sie den Progressometer verbinden müssen, wie es verbindet. Ah, okay. Bisher nicht schlecht. Wir müssen es noch irgendwie hoch schaffen. Verbindungsstück. Das muss irgendwie andersrum. Äh, ja. Und dann müssen wir irgendwie wieder hochkommen. Damit. Okay. Ich denke mal nach, was könnte. Okay. Okay. Hm. Oh, waja. Oh, wie haben wir es verkauft. Oh, waja. Okay. Nicht gut. Und. Jetzt müssen wir noch geraden herbilden. Das ist schon die richtige Höhe. Verbindungsteil. Verbindungsteil, verbindungsteil, verbindungsteil. Verbindungsteil. einfach nur geraden hinkriegen. Das dazwischenklemmen. Wir brauchen geraden. Ich bin nicht sicher, ob das das klappt. Sehr schön. Geschafft. Ben kann eigentlich flip. Do a flip, Ben. Flips are sweet. Anger level detected. Hey, I'm not angry right now. Anger level detected. This is just how I am, damn it. Where did you get this thing, Pylon? The internet. By this time tomorrow, we'll have the best-looking surfer guy jump flip in all recorded history. Now, bed, do a flip. Okay, okay. Cool. That was all right, I guess. Bad acting detected. You didn't say I needed to act. You just said I needed to do a flip. Excuses detected. You, shut up. We'll, uh, we'll workshop it. Eep. 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 Untertitelung des ZDF, 2020